Hi und herzlich willkommen zu einer wirklich schwierigen, muss ich sagen, zu einer wirklich schwierigen Logikfrage, wie sie in einem Einstellungstest rankommen könnte. Wenn ihr euch also irgendwo bewerbt, wo Mathe wichtig ist, wie beispielsweise bei einem dualen Studiengang für BWL oder VWL oder Wirtschaft generell, dann solltet ihr euch solche Sachen hier mal angucken. Die könnten nämlich hervorragend auch bei euch im Einstellungsverfahren früher oder später vor euch liegen und dann muss man das irgendwie lösen. Wie setzen wir diese Zahlenreihe logisch fort? Ich spoiler nicht direkt, sondern ich gebe euch so ein paar kleine Tipps, wie ich da rangehe als Mathematikerin. Vielleicht könnt ihr euch noch was abgucken und am Ende werdet ihr sehen, finden wir gemeinsam die Lösung. Mein erster Ansatz ist immer, ich schnappe mir die ersten zwei oder drei Zahlen und gucke, ob es irgendwas Einfaches ist. Zum Beispiel, okay, ich sehe, hier wird gerechnet plus 1, hier wird gerechnet plus 11, hier wird gerechnet nochmal plus 12, okay, das ist schon mal nicht so gut, ich erkenne keine Struktur, hier wird gerechnet plus 22, hier wird gerechnet plus 23. Okay, ich sehe nichts Gutes. Ersten Ansatz, also zack, wieder verwerfen. Meine zweite Idee wäre zu gucken, ob ich irgendwie ohne zu rechnen einfach eine hübsche Anordnung, eine hübsche Regelmäßigkeit der Ziffern erkenne. Hier beispielsweise eine 1 hinten, eine 2 hinten, eine 3 hinten. Würde vermuten lassen, dass als nächstes eine 4 hinten kommt, aber ist eine 5. Also auch den Ansatz eher vielleicht wieder verwerfen. Die nächste Idee, die man haben könnte, wäre zu sagen, okay, 11, 12, 23. Ich erkenne die 2, die hier hinten steht, ist hier vorne. Die 3, die hier hinten steht, ist hier vorne. Die 1, die hier hinten stand, war auch hier vorne, das passt. Die 5 ist hier, die 7, ah, okay. Leider auch hier, wir sind weit gekommen, aber der Ansatz scheint nicht der richtige zu sein. Und so müsst ihr rangehen. Verschiedene Sachen erkennen. Es muss nicht Plus sein oder Mal. Es kann auch eine ganz andere Logik dahinter stecken. Und so ist es hier jetzt auch. Aber die Idee, die wir gerade hatten, ist gar nicht so schlecht. Überlegt mal, wenn ihr hier einen Zahlendreher macht, dann kommt ihr auf 21. Wenn ihr hier einen Zahlendreher macht, bleibt ihr einfach bei 11. Wenn ihr hier einen Zahlendreher macht, seid ihr bei 32, hier bei 53, hier bei 75, hier bei 0, 8. Wie hängen diese Sachen zusammen? 11 und 12, 21 und 23, 32 und 35 und so weiter. Seht ihr es schon? Wenn ihr zusammenhangt, hier wird einmal gerechnet, plus 1, hier plus 2, hier plus 3, hier plus 4, hier plus 5, und dementsprechend muss ich hier rechnen, plus 6 und dann lande ich bei 14 und hervorragend. Das ist auch hier in unserer Auswahl drin. Zugegeben, das war schon eine wirklich schwierige. Vielleicht habt ihr ja noch eine andere Lösungsstrategie gefunden, weil manchmal führen mehrere Wege ans Ziel. Das seht ihr auch zum Beispiel bei diesen Zahlen rein. Wenn ihr Lust habt, noch ein paar mehr Rätsel zu machen, schaut mal da oben drüber rein. Wenn ihr meine Videos gut findet, freue ich mich riesig, wenn ihr da auf dem kleinen Kreis den Kanal abonniert und vielleicht sehen wir uns dann ja schon ganz bald zu ein bisschen Mathe wieder. Ciao, macht's gut, viel Erfolg beim Einstellungsgespräch oder viel Spaß beim Rätseln.